Hallo und herzlich willkommen hier zu 3Core. Ich bin euer Floschi und präsentiere euch das Let's Play Game Need for Speed Most Wanted und in Part 32. Dann wollen wir mal weiterfahren hier. Mal auf der Karte gucken, wo wir als nächstes hin können. Dort sind wir. Auf meinen Stelle kann man sich da unten blitzen lassen. Fahren wir so, so gut. Dann wollen wir da mal hin. Okay, die Polizei ist da. Die habe ich jetzt gar nicht mitgekriegt. Alle Einheiten auf dem Weg zur Verfolgung. Zuletzt wurde der Verdächtige gesehen in Richtung Norden, im Dreieck Dietesburg. Sektorsperrung wurde genehmigt. Zusätzliche Einheiten werden zur Verfügung gestellt und dem Perimeter zugeteilt. Somit habe ich das eine auch gemacht. Da vorne ist der Bietzer. Sierra 1 braucht Luftunterstützung. Das Gebiet ist verdammt groß. Noch geschafft. Hey, du machst dich echt gut. Ich habe ein paar Infos über Polizeihubschrauber. Wenn sie dich haben, stelle ich irgendwo unter. Die sind zwar schnell, aber einen Röntgenblick haben sie nicht. Sie dürfen nur nicht sehen, wo du langfährst, sonst alarmieren sie die Kollegen. Danke, wissen wir Bescheid. Wir haben schon unser nächstes Rennen. Oh mein Gott. Go, 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 go. Go, go, go. Go, go, go. Go, go. Go, 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 go. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Ich brauche nur Einheiten für den Einsatz. Schickt euch, wir sind gut her. Verstärkung ist auf Code 3. Laut letzter Meldung nur noch ein paar Meilen entfernt. Müsste in 90 Sekunden da sein. Aber wir sind auf 10. Warte hier mit den anderen Einheiten, bis die Verfolger eintritt. Ja, bitte bestätigen. Wir haben alle Verfolgereinheiten. Wir haben eine Straßenspeurefeuernverlässigen gerichtet. Wer ist ohne Probleme, er hat durchgebrochen. Er ist durch. Sichtkontakt verloren. Fahre in seine letzte bekannte Richtung. Habe Sichtkontakt. Erst vor 3. Verdächtige nach Westen abgebildet. Verfolgung nach Westen. Kurs 6 ist auf der Sichtweite. Versuche aufzuholen. Habe Sichtkontakt. Kurs 3. Oh, oh, oh. Oh, oh. Das sind solche Stiege lokalisiert. Die hängen uns hinter ihnen. Die Straße wird schneller. Äh, er soll das Gewicht verlassen. Das war's von Part 32, weiter geht's mit Part 33. Und jetzt geht's weiter. Das ist alles. Wir sehen uns beim nächsten Mal.